hallo seid gegrüßt zurück in sons of the forest wunderschönes wetter weite blicke gegner zu sehen ich möchte losziehen die seilpistole besorgen ich war bei dem grünen punkt da habe ich einige fehler begangen und darum muss ich noch mal dorthin und dann hoch zur höhle jetzt machen wir erst mal den gegner weg und dann sehen wir uns an der höhle das meine palisade in ruhe du hast den knall ich treffe ihn nicht ich treffe ihn voll in den schädel ich bin gleich unten ich merke es ich rutsche langsamer sicher ja extra treffer ja nummer zwei achtung kelvin ist sauer ich muss ihn in den schädel treffen sonst geht nichts jetzt kommt es in noch eine noch einmal ja bleib stehen ist okay jetzt oder habe ich ihn jawohl meine pfeile holen und ab in die höhle halt erst reparieren jawohl vielleicht alles mal gucken das mache ich aber immer hi kelvin willst du was arbeiten oder willst du mit gehen mensch was da was verlieren verloren ja gut essen sollte ich auch noch willst du einen job oder das ist jetzt überfällig der job sehe ich gerade wow bärne bärne du börnst und du auch kleiner scheißer da war gerade ein freeze schade dich hätte ich auch mal gepratzelt sterben ist angesagt jawohl ich muss nach hinten ein bisschen gucken du willst mich echt töten mit deinem stachel wie ein skorpion sind die füße ne die kommen von hinten los habe ich sie perfekt also was wollte ich tun wie geht's dir lass dich mal ansehen bist du noch okay okay ja 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 das war nur ein spaß hey das war nur ein spaß kelvin das war nur spaß okay ich habe nur spaß gemacht sei doch nicht gleich sauer okay ich hole die rüstung und dann gehen wir los wort des gottes raff sie hier nieder komm dass ich da nur von hinten dran komme das ist ein bisschen blöd aber hey das waren drei yo so dann haben wir jetzt alles so weit geregelt dass wir los können virginia ist an einem anderen see gut ich gehe geradeaus zum grünen punkt der tag ist noch jung relativ jung lass uns mal durchstarten einmal quer durch den fluss weit so gut da gibt es badende als wie sieht es aus mit trinken bringt mal dann wäre das auch erledigt noch einmal ist vielleicht besser da ist das mobil die haben mir meine plane zerstört komm da möchte ich speichern das kann ich auch ihnen okay dann lasst uns gleich reingehen ja mit taschen ach weiß ich gehe erstmal rein sonst habe ich ja sehr gut taschenlampe bitte oder feuerzeug oder feuerzeug besser als nichts aber eine waffe wer weiß wie es diesmal ausschaut keine ahnung aber letztes mal war da niemand und ich habe den fehler gemacht jep er hört es es piepst es hat sich nichts geändert doch 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 die Druckerpatrone ist da und vielleicht auch hier eine oder Batterie auf jeden Fall sehr gut Plastik Sprengstoff auch super also kann ich es nochmal checken und ihr speichern sehr gut oh da noch ein Druckbatter oh okay dann muss ich nochmal speichern war ich wieder zu überschnell was ist Batterie ja okay dann speichere ich nochmal nein erst mache ich die Druckerpatrone rein dann macht er die Rüstung fertig jawohl und ich habe schlauerweise gedacht ich muss unbedingt Rüstung und alles haben dann hatte ich kein äh Kunststoff mehr also jetzt muss ich erstmal checken was ich alles machen kann ne eine Flasche eine Maske habe ich Endhagen habe ich genug Techmag ah der Schlitten okay kein Pfeilbogen keine Armbrust kein keine Keycard dann würde ich den Schlitten machen den würde ich sehr gerne haben gib mir den Schlitten weil das ist wirklich sehr gut wenn ich den Berg unterheizen kann mit dem Schlitten ich habe noch eine Pfeilbogen das reicht nicht jetzt habe ich das gleiche wieder okay ich habe es gesehen dass es nicht geht dass ich Druckerpatonen brauche so und das geht ja hier nicht gut wo habe ich die Taschenlampe auf 7 auch recht wenn ich es vergesse immer so dann begleitet uns das Piepsen bis nach hinten ich speichere nochmal und dann gucken wir hallo Robby Robert wie geht's na bist du fleißig mach mal sauber ich war schon hinten und habe die Karte nicht gefunden vielleicht beim zweiten mal aber es sieht nicht so aus als ob ich auch wölkreich wäre ne brauche kein Date money 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 ok no wiki card habe ich nicht nein wiki card habe ich nicht ja gut dann raus und rüber an den kuddle eingang an die höhle wo es richtig der sache gehen soll wo wir die seil pistole finden ja ich habe nichts übersehen nein auch da keine karte auch auch da keine karte auch da keine karte nirgends ne karte also lasst uns rausgehen kann ich da noch ne platine haben ja dann würde ich grad noch speichern ok lasst uns gehen auf durch den bauch einziehen ja du weißt doch wie es geht also dahin zur höhle einmal hoch und los geht's oh die habe ich auch noch nicht was die ich brauche weiß ich auch noch nicht aber jetzt mal gummi wir wollen noch ankommen der jinn der kommt hinter uns her sehr gut es scheint wir sind angekommen jawoll nein noch nicht die blöde kuh danke was ist das ein schlagstock ich habe den schlagstock gefunden ja wie geil ein elektros schocker schlagstock per zufall ja wie cool okay ist dich satt ja saugeil leute glaubt ihr das auch dahin mussten wir da hoch taugt das was ein elektros schock also elektros schocker cool auf die acht okay lasst uns hochgehen bevor es dunkel wird an die höhle so geil da ist es außen oder innen außen so dann kurz looten bevor ich speicher habe ich okay dann gehen wir rein oh 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 ich bin noch nicht drin und schon erschrecke ich mich und habe schon wieder meine behausung kaputt gemacht ich glaube hierin bin ich der beste immer als drüber gelatscht dann lasst uns reingehen okay okay da war ich schon aufgelesen habe ich fast alles ich kann jetzt noch so lange warten aber ich muss jetzt durch ich muss jetzt rein halt die zwei tech rüstung und auf knochen legen was geht so so sieht doch das gut aus oder dann würde ich noch mal speichern hier mit frischer rüstung dann lasst uns doch mal da vor gehen kein plan mehr ich weiß nicht mehr bescheid also gibt das eine reine überraschungstour aha sollte ich mich da einreihen ah ja da war das ich war ja schon mal da ah ja da habe ich mal ein paar geärgert und das war es dann dann bin ich wieder raus jetzt wohin Leute auch rüber was gibt es da für eins gut habe ich genug langsamer oder schnell gut er ist gerade aufgesprungen schnell habe ich jetzt schon entschieden oder was ne habe ich schon habe ich alles gut er hängt da lasst uns mal nach hinten da links rein rushen ok da blinkt ah ja den mobsi muss ich weg machen siehste und dann geht es weiter hallo ist so blöd ich habe wohl von dir gar nichts geh weg hoh geköpft hervorragend holla köpfer gib mir deine rüstung jawohl oder dein leder sowas nichts rüstung ich habe sie voll geköpft perfekt dann brauche ich eine bombe zeitbombe die schmeiße ich da hin mopsi und bomb yes geil kriege ich besuch no jo das ist ne sauer rei ah da liegen noch zwei geil cool danke dann mal da vorbeidrücken riechen sauer rei jetzt geht es los wohin ich sehe aus wie ein schwein ok jetzt habe ich gerade an babies gedacht das wird ja auch wohl passieren dann oder licht rechts muss ich nach links muss ich nach rechts ok leg packen meine axt seile was geht hier oh yeah wo habe ich die bombe hingelegt fünf dann würde ich mal ein ablenkungsmanöver starten und durchraschen und den durch irgendwie habe ich bis jetzt mal richtig gut Glück gehabt ich hoffe es hält an da hängen sie und hängen und hängen ah die babies no 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 rechts links rechts links alles weiter durchraschen los 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 ah rechts oder links metall 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 also gut geht ja nur hier oder war das jetzt richtig hunger stop reicht mich jemand an in der zeit weiß ich nicht ich brauche energie ok dann lasst uns weiter durch rennen keine ahnung ich muss mich jetzt büten irgendwie als weiter 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 rechts oder links ah da geht es als da da lang oh finger 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 immer zum licht ok dann zum licht was habt ihr zu bieten keine ahnung ich gehe weiter ich werde verfolgt ja ich werde verfolgt da hängen sie doch da kommt er alles baby oder was oh ok weiter 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 warum hängt da so viel was will der oder die lass mich in ruhe geh weg ja jetzt nach oben ich hoffe ich bin noch richtig dann links 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 rechts oder links links hieß es oder links einen scheißhaufen oh lass das lass das ich hab sie ich hab sie yes gib mir deine lederhaut los du kleine ratte jetzt hab ich wenigstens zeit das alles anzugucken kurz ich renne da durch wie ein berserker ich kann nichts angucken ja boah wer hat das gefressen was ist das erz pool ok ich gehe mal weiter nach links ihr wisst ich hab mich irgendwie ein bisschen erkundigt ok babies das ist blöd was ist da ist oh 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 die machen meine Rüstung kaputt das gibt es doch gar nicht diese kleinen scheiße so Nummer eins ich noch komm du kleines Miststück wo bist du wer kriege ich denn jetzt da macht meine ganze Rüstung kaputt oh nee das gibt es doch gar nicht diese kleine Kröte oder Achtung ich muss erstmal meine Rüstung hoch wieder anziehen jetzt hat er mir meine Rüstung zerstört nein das bringt ja nichts so ok bin ich noch in die richtige Richtung Mensch oh man nee nicht schon wieder du kleines Miststück das bringt ja gar nichts Moment ok 7 welche Richtung weiß ich nicht mehr wo ich hin muss ah ja dahin man das bringt mich total durcheinander das kleine Miststück und Baby da muss ich rein ok und jetzt wohin links hoch oder rechts ich gehe mal links das sieht aber noch Sackgasse aus ok hier Sackgasse dann rechts wenn mir das jemand sagen können bringt mir der Elektroschocker etwas bei dem boah ich hab ihn ich hab ihn yeah ich hab ihn erledigt den 12 finger Joe gib mal deine haut her du hast meine rüstung zerstört mutanten rüstung ok dann ah da hab ich ne gute noch ne spezial oh ok eine hightech rüstung dann lasst uns wieder nach unten gehen und nach links durch rutschen oder lass mich in ruhe jetzt wohin einfach der höhle nach oder da hinten ist licht licht am ende des tunnels hab ich was verpasst keine ahnung ich geh zum licht noch mal licht ah babies achtung rüstung killer nummer eins oh da hab ich was gehört von links jo ich hab die seilpistole ich hab sie ich hab sie ich hab sie sie ich freu 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 cool Leute ich hab sie jetzt krieg ich noch eins ab jetzt kann ich noch getötet man wenn ich verlauter freu mensch hör auf du nase oh da hat mir eine ganze rüstung wieder weg geklatscht aber ich hab die seilpistole endlich und die babies kommen okay nichts wie raus okay ich muss sie anscheinend wo ist sie essen 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 erst mal medizin dann rüstung komm schon zieh dich an so ist gut man die haben meine ganze rüstung kaputt gemacht gute rüstung weg aber ich hab die wo sie wo sie ich brauche sie gibt es ja nicht mehr licht ja ach im koffer yo seilgewehr oh gib mal leer was hab ich hier sechs die nummer sechs taschenlampe sieben die brauche ich jetzt vielleicht auch gar nicht mehr ich mach dich auf acht ja wie geil ok wie ja leute wir raschen durch bis morgen früh voll verpeilter junge oder jawoll bürnt sehr gut die zwei werden mal am fucking das ist neun das funktioniert nicht das funktioniert nicht oder geht das hier nein das ist so blöd moment moment jungs 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 und madels halt stop 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 dann das war null sieben null komm bleib stehen jawoll cool einmal weggeblätzt eure rüstung brauche ich dass die jetzt noch kommen müssen das ist ja auch blöd oder komm die nehme ich mit die mutanten rüstung brauche ich ich habe dieses seil gewehr endlich wie lange habe ich das gesucht da kriege ich jetzt die rüstung oder nicht dann lasse ich dich ohne okay das hätte ich auch möchtest du mal gleich geben ne quer wo sind wir her gekommen da oben okay ich Leute ich bin halt durch gerusht weil ja was soll ich sagen ich hab da noch nicht so gute rüstung ne für zum alles schön gemütlich angucken da oben kommen wir her und wie komme ich wieder zurück oder was ich könnte wieder hoch fahren hey nein hab ich die seilpistole auf acht okay dann geh mal her acht geht das ging das dass ich zurück fahre moment geht nicht nach oben geht es nicht irgendwie war doch da ein eh und wenn ein eh da ist geht es oder hallo eh eh hallo eh 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 nein ich würde es gern können es reicht nicht okay nicht versuch was wert es klappt nicht ich kam nicht zurück lasst uns raus erstmal noch überall hin luschen hoffentlich kommt jetzt niemand bis jetzt ist alles noch ruhig es scheint ich komme da dann raus meine batterie geht auch zu ende das sieht doch nach ausgang aus die welt hat mich wieder und es regnet wo sind wir raus gekommen okay nicht schlecht das war ein erfolgreicher höhlen gang ich habe endlich die seilpistole was bedeutet dass ich nächstes mal mir die schaufel vornehme das a und o des erfolges die schaufel ist lä Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.